Ähm, ja, äh, Moment. Ja, hallo, zurück zu einer neuen Runde Limbo. Ich war gerade verwirrt, ich dachte ich bin bei der Fliege, aber ich war da weiter links. Egal, ich bin wieder drin. Und in der Zwischenzeit habe ich extra nachgeschaut, wie das hier geht, weil ich am Verzweifeln war, deswegen. Ich bin sogar schon nötig geworden. Und eigentlich war meine Lösung komplett richtig. Ich muss hinlatschen und jedes Mal, wenn der hochschaut, darf ich mich nicht bewegen. Und zwar so lange, bis ich bei ihm dran bin und dann kann ich ihn schnappen. Und dann fliegt er nämlich nach oben und dann kann ich da zu der Leiter und dann müsste ich es eigentlich geschafft haben. Nein, du Knacken! Ich war doch noch, ich war doch so ein Arsch und dran. Okay, nochmal. Komm her. Hallo? 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 Ich bin gar nicht hier. Beachte mich nicht. Ist ruhig weiter, dein Schnitzel. Ne, ein Brumpfsteck war's. Ich war doch schon so nah dran. Okay. Wenn ich da nicht weiterkomme, verzweifle ich. Wirklich. Obwohl ich die Lösung weiß und die ich das letzte Mal schon richtig hatte. Okay. Der flackert ein bisschen so mit den Flügeln, ne? Denke immer, der will abhauen. Okay. Ich glaube, das braucht noch eine ganze Folge hier. die die Fliegen klatschen oder so ja ich dachte dass es gar nicht möglich ist jawoll jawoll ja 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 das bin ich so beruhigte wie es kommt jetzt irgendwas Böses oder Schlimmes ich kenne mich hier kein bisschen aus höch Vögel oh das ist draußen denn echt ich weiß es nicht so das ist ein Hebel und ein riesen riesen alter was für ein riesen Zahnrad boah hohohoho Zahnunter zerquetscht zu werden ist doch bestimmt mein Ziel ok kann ich das nicht hier runterschieben kann ich das dann überschieben kann ich überhaupt irgendwas ah ich kann ja die Leiter vielleicht hoch ich weiß gar nicht was wo ich hin will ich will jetzt einfach mal hier hoch und dann würde es schon passen denke ich mal irgendwie was gibt es hier eine Brücke was ist die Wodafuck ist das ok äh ja kann keiner sagen was das sein soll oder sagt es mir keiner oder ich finde es selber raus ups wittwittwittwittwitt wittwittwitt was oh 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 ein Reifen muss ihn auffangen glaube ich mal, es war wohl nix. Geile Atmosphäre, aber ich check nicht um was es geht. Ich will das Ding nicht rammeln, ich will da drüberspringen. Genau. Ach ne, er lässt sich das nicht herziehen, okay. Schnell, 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 schnell. Ich weiß zwar nicht was ich mit dem Reifen will, aber der scheint schon höchster Wichtigkeit zu sein. Ich habe ihn dann übergebracht, was soll der Scheiß? Was hat das mir jetzt genau gebracht überhaupt hier? Ich hab da unten jetzt irgendwo einen Reifen, oder? Otter, otter, otter. Da ist er ja. Gut, und jetzt? Oh Gott! Was genau? Ah, ja! Nochmal anschieben, damit der voll die Power hat. Und zack! Und jetzt? Ja! Der Tarsis kaputt macht. Bam, dam, 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 dam. Ich will die Küste ziehen. Okay. Was kann ich mit der Küste hier machen? Nix. Ich muss auch echt alles ausprobieren. Gott, zum Glück kann man den Reifen hier oben schon. Oh mein Gott, bin ich lustig drauf heute. Hab ich irgendwas genommen? Nein. Oh, seit wann verreckt man doch Sprung? Ich bin doch sonst immer aus allen möglichen Höhen durch Gläser suchen, auf Balken drauf und das hat nie was gemacht. Seit wann ist das so? Hab ich da irgendwie was verpasst oder bin ich da so dermaßen auf... Schiei... Wow. Wow, wow. Juii. Kann ich die Küste nicht ziehen? Mit der kann ich irgendwie nix machen. Ich hab sie anfangs glaube ich schon geschoben, aber irgendwie kann ich sie jetzt noch mal schieben. Naja, egal. Wo ist denn der Reifen? Der Reifen ist da und dann schieben wir mal da. Ah, ich will nicht drauf laufen. So, hin. Lauf. Weg. Und... Lalalalalala. Oh Gott. Jetzt hab ich eine Küste. Gut. Jetzt kann ich Pol oder Übel da hoch. Ja, gut. Oder so. Kann ich da drauf? Kann ich da mitfahren mit dem Ding? Ohne dass ich verreck. Ah, da ist eine Kiste. Aus welchem Grund auch immer. Oder welchem Grund meine ich. Okay. Jetzt bin ich einmal außen rum. Gut. Lass mal sehen, wenn ich da drauf latsche. Nix Böses. Okay. Das ist ja auch gut. Ich glaube, ich muss dafür eine Küste hier runter tun. Und vielleicht nehme ich die da. Oder? Geht das? Kann ich die da so rumschieben? So. Jui. Du bist noch hinterher und dann irgendwie zerquetscht werden. Ist doch wieder mal mein Ziel. Ach, schieb das Ding. Und da drauf. Und schnell. Nein. Boah. Dachte schon, ich schaff's nicht mehr. Ah, super. Und jetzt? Noch eine Kiste. Noch eine Kiste. Holen wir noch eine. Okay. Wir haben ja drüben noch eine. Also müsste die ja vielleicht da helfen. Ich weiß gar nicht, ob ich zu laut bin, aber ich bin im grünen Bereich, also yay. Also ich freue mich immer, wenn irgendwie solche Fehler mit Ton oder Bild oder so behoben werden. Oder nicht einmal vorkommen. Das Zeug von, äh, Fortschritt. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh. 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 Ja. Noch ist es guuuuut. Und da kann jetzt nichts mehr schief gehen, das hat man ja schon mal. Bui. Und dann schiebt man das dann rüber. Und zwar so, und dann so. Hä? Ich steh drauf. Eigentlich sollte das noch oben sein. Und dann so, und dann nein, 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 nein. Genau. Nein, nein, nein. Ja, ja, gut. Gut. Jawohl, wir sind oben. War doch gar nicht so schwer. Einfach mal drücken. Juhi. Juhi. Oh. Diesmal drücke ich mal nicht. Ah. Ich weiß, glaube ich, wo es drauf raus muss. Ich muss drücken und mich an dem Seil damit hängen. Schnell, schnell, nein, nein. Oh Gott, das schaffe ich doch nicht. Schnell, schnell, schnell. Gertensatzschopfer, na, hau. Hallo? 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 Bin ich blöd? Kann ich das Seil bis hin rumschwingen? ... ... Okay, das reicht. jetzt 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 ja nein hätte so gut klappen können so hallöchen zurück in der zwischenzeit musste ich glaube irgendwie schon fünfmal oder sechsmal unterbrechen das gute ist ich bin niemals weiterkommen deswegen fällt es auch nicht auf muss ich nur einmal schneiden muhaha ok mal schauen ob wir es diesmal hinkriegen oder nein jesus maria der ansatz ist gut aber noch mal von der seite das besser ist oder nicht ich muss mal mein mikrofon ein bisschen anders hinrichten bin immer so komisch dran ich wollte drücken und schnell hinlaufen aber bis dahin das ging nicht und bis dahin ist der schwung schon wieder weg wir haben sie einmal hinkriegt fast bin glaube ich nur zu früh runtergesprungen ich hätte es fast geschafft so knapp ok beim nächsten mal bleibe ich einfach dann hängen das kann doch nicht so schwer sein also die Fliege war schwieriger oder was auch immer das war Vespe irgendein Sekt halt verdammt jetzt habe ich gerade mein Mikrofon kurzzeitig eingestellt und habe währenddessen nicht geschwungen schwingen und schwingen und schwingen ok ah, verdammt, ich will ja mal drücken, aber er reagiert irgendwie nicht aufs Erste und dann ist immer der Schwung schon wieder weg und dann komme ich vom Timing her nicht mehr ok jetzt aber hat niemals klappt, niemals ach komm bitte, Jesus Christus da wäre ein Koop geil, dass der eine einfach drückt und der andere schwingt in der Gegend rum aber das gibt es nicht für jedes Spiel ich habe eine Schaukel ich wollte noch gar nicht abspringen ich habe mich einfach ich habe mich nur hingesprungen ich bin nur hingesprungen, mehr habe ich nicht gemacht ich habe dann sofort losgelassen automatisch irgendwie, ohne dass ich es wollte keine Ahnung, ob ich mich jetzt gerade ein bisschen dumm anstelle oder ob ich mich dumm anstelle oder ob ich mich einfach nur dumm anstelle weil man weiß es nicht so, schwingen wir einmal noch und dann einmal so und zack und na, jetzt gerade noch vielleicht das ist zu weit weg das schaffe ich nicht der Schwung war das scheiße guck glaube ich ich hab schon gedacht, die springen vorbei okay ich bleibe einfach occasions guck es ist zu schnell, nochmal ich bleibe einfach diesmal guck Komisch. Ich habe genau das gleiche gemacht wie vorher, aber diesmal geht es. So, jetzt springen wir nämlich hier ein bisschen rum und dann springen wir einfach mal ab in der Hoffnung. Das ist scharf. Gut. Telefon!